sehr gut ja ich bin sehr gespannt wann heute 111 hallo wir sind master davis von 111 wir gehen erst wieder wenn ihr router gar nicht mehr läuft ich hoffe hinterher gibt es nicht noch wird sich noch schlimmer als vorher das wäre ich ein bisschen belastend wenn wir einfach hinterher noch weniger geht als vorher sag noch mal dass du besser mein level gespielt hast gar kein ding so volle lobby volle hütte hier hallo ne was ich geil finde ihr habt alle einen eigenen namen krass das war ja das allergegen peter der kill ist am start ja dann mach mal hype auf animal crossing natürlich das wird super mein hype ist riesengroß okay so pio stinkt ja danke so erwähnt jetzt ein wort okay mach mal so warte mal so okay so was könnte das sein naa naa auto do ah hier sieger podest po dest die schreibung scatter point Ja, was ist doch sowas? Nee, ein Krankenhaus. Hä? Was? Oh, jetzt, das passt ja richtig gut. Mauermaker. Äh, Mauermaker. Dr. Mario. Du, 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 du. Äh. Museum. Ah, ja. Ich bin erster, Leute. Erster in den Chat. Alex X2, moin. Hi, willkommen hier im Stream. Grüß dich. Du, 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 du. Ah, das ist ja sehr schöne Musik. Ein bisschen Dr. Mario passt doch ganz gut, ne? Ah, sehr schön. Ja, Museum. Das war ja jetzt einfach mit dem Text. Da war es ja einfach. Also wer jetzt noch verkackt, Mauermaker. Jontendo, bitte lernen Sie Deutsch. Okay, weiter geht's. Das war dann doch einfach mit dem, ne? Mit dem Vorsagen und so. Weil das da ja stand. So, CDI Gamer wird das nächste Wort. Pius lernt schreiben. Hallo. Wird da jemand Stress? Ja, Leute. Habt ihr schon den Stream geliked? Ganz wichtig. Hier, er sagt ja gerade. Daumen hoch. Daumen hoch. Was ist das denn? Hä, das ist doch locker. Willst du mich verraschen? Okay, der zeichnet ziemlich beschissen, aber... Das ist, hä? Oh, drauf hab ich Bock. Ja, das wird super. Jetzt kommt auch noch gerade hier die Switch-Musik, ne? Ne. Mario Maker, äh, Mario Maker Musik. Ich bin so lust. So lust. Was ist das denn? Äh, was steht denn da? Hä? Touch? Nö. Da steht doch noch ein K. Hm. Hallo Zelda Nick. Moin. Ja, endlich wieder VIP. Danke dir auf jeden Fall. Und moin an Zelda Nick. Was geht? Ich werde erst VIP, wenn es einen Lachse-Mode gibt. Ich kann keine mehr hinzufügen. Ich brauch dafür, äh, neue. Einfach mit 10, äh, K-Accounts, äh, VIP werden. Dann kriegst du einen Lachse-Mode. Gar kein Problem. Akku! Ne. Hä? Ah, Junge, wie ist Sebastian da hinten? Ich kann da gar nichts mehr lesen. Von vorne. Ich kann da gar nichts mehr lesen. Was ist das denn? Wer zeichnet denn hier gerade? Ah ja, der John Tendo. Aktion? Ach, das sollte so ein Rabatt sein. Ja gut, der hätte ich irgendwie so einen, so 50% Rabatt. Äh, so hingeschrieben. So 50 Minutes oder so. So, Luga ist am Zeichnen. Okay. Sehr schön. Du, 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 du. Ja, das mache ich. Sehr gut. Und Zelda Nick muss wieder los. Okay, tschüss. Hau rein. Oh, schön, dass du ein paar Sekunden da warst. Okay. Ähm. Wieso weiß der das schon? What the fuck? Hä? Zwei wissen es schon. Was denn das? Eine Schaufel. Hä? Pfff. Nicht? Hä, wie? Ah, nee. Oh, Animal Crossing Musik. Sehr schön. Was ist denn das? Ich werde gewinnen. Ich hoffe nicht. Nagel. Ja, moin. Okay, gleich bin ich dran, oder? Nee. Ich, okay, ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen. Ich habe heute Geld aufgeladen und dachte, ich werde dann bei VIP. Danke dir. Wie warst du denn da aufgeladen? Drei Millionen. Okay, äh. Krautten ist raus. Okay, tschüss. War schön mit dir. Was ist das denn? Äh. Okay, jetzt wird er noch schwarz. Okay. Jetzt ist er wieder braun. Ah, ja. Äh. Eine Nuss. Nee. Was ist denn das? Tom Nook. Ja, auf jeden Fall. Reißball. Hallo, der Fehler und Tim S. Hallo. Moin, moin. Willkommen an euch beide. Ähm. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert wieder. Junge, was ist denn das, ey? Ah. Hä? Nee. Das ist keine Schaufel. Hä? Welche Geräusche sind wir im Hintergrund? Das kann gar nicht sein. Kann man Scribble auch am Handy spielen? Ja, kann man, Agent Schnitzel. Moin erst mal. Aber es ist da nicht so geil. Aber es sollte gehen, ja. Was? Ein Toter. Ja, okay. Aber T-E? Du schon weißt es einfach. Was? Sterben? Ach, stimmt. Scheiße. Stimmt. Waren bin ich eigentlich mal dran? Hm. Das ist ja doof. Da hätte man drauf kommen können. Okay, jetzt habe ich hier so ein, äh... Irgendwas Blaues. Fluss! Nee. Hm. Okay, Deutsch kann warten, ja. Gönn dir. In drei Runden bist du. Okay, gut zu wissen. Ah, es geht hier nach oben, ne? Ah, ja. Hä? Wasser. Rutsche. Was ist denn da jetzt falsch? Gibt das? Als ob es das Wort nicht gibt. Zusammengeschrieben. Warum wurde ich gekickt? Ich habe die nicht gekickt. Das muss, äh... Bist wohl irgendwie, äh... Rausgeflogen irgendwie. Keine Ahnung. Hä? Wieso weiß das hier da? Rutschen. Yes! Ich bin so gut. Ich bin so gut, Leute. Ich bin hier Profi. Beschleunigung. Ah, ja. Guck, jetzt sind die ganzen, äh... Stream-Zuschauer. Jetzt wissen die es auch alle auf einmal. Mami, ich bin doch schlau. T-T. Ehre. So. Ähm, gleich bin ich dran. Pius ist gut. Er ist ein Hut. Ah, ja. Ich kann nicht mitspielen. Gleich nächste Runde, mein Lieber. Okay. Jetzt ist Dishan. Dann ist Vanuji. Und dann bin ich. Okay. Wladimir. Hallo. Moin. So. Ähm, was macht er jetzt Schönes? Bin ich gespannt. Was macht er? Corona. Äh... Hä? Wieso weiß der das schon, hä? Hä? Was soll das sein? Es sieht aus wie... Durchfall. Messe. Hä? Was? Messe. Was? Messe! Oh, Junge. Ah, ich bin doch noch gar nicht dran. Gleich erst. Warte, 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 warte. Jetzt ist er erst mal dran. Ich habe schon hier, äh... Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Okay. Nicht schreiben, ja? Willst du einfach sagen, das waren die Illuminaten? Weil, weiß, weiß. Oh, was ist das denn jetzt hier? Östene Flagge. Hä? Ah, das ist doch hier wieder... Hä? Das ist Spanien, ne? Ja, genau. Spanien! Spanien! So, jetzt wird es zensiert. Obwohl Spanien noch ein bisschen... Die Flagge noch ein bisschen detaillierter ist. Aber ich glaube, von den Farben passt es einigermaßen. So, gleich bin ich dran. Mal gucken, wer es rauskriegt und wer nicht. So, ich wähle jetzt ein Wort. Ach, du... No! Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott der versuch da etwas zu machen besser geht es nicht bin hier profi zeichner einfach profi hier ist mein bild leute seilspringen jaja war voll gut oder voll gut ja ja easy ja pokémon musik so der nächste und zwar enter ok eine schnecke spirale spirale ja ich bin einfach profi dumm 10 new actions das ist fzio Echt? Nee, Starfox Du Lübner Das ist Starfox Ja Krass, ne? So, das war einfach Der Peter ist dran Und Selanik, willkommen zurück Moin, moin Okay, er zeichnet ziemlich Dünn Was könnte das sein? Ah, hier No Schweiz Bum, 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 bum Was wird heute gezockt? Ähm, gerade machen wir ein bisschen Squibble.io und danach ein bisschen Maumaker 2 und dann mal gucken Wir streamen, ähm, spätestens Äh, was heißt spätestens? Streamen höchstens bis 14 Uhr Weil dann erwarte ich so ein paar Besucher Und eins und eins Deswegen, ja Streamen höchstens bis 16 Uhr Genau Kannst du mich schlagen? Nö Drei Dislikes Oha, Leute, da müssen wir auf jeden Fall Likes geben Habt ihr alle schon den Stream geliked? Wenn nein Macht das gerne So Und jetzt ist CD-i-Gamer dran Okay Bin dann weg, alles klar Tschüss, Porsche Hau rein Hm, was ist das denn? Äh Mauer-Maker-Film, ja In der Tat Was ist das denn? Porsche Cayman S Ja, auf jeden Fall, ey Genau das Ja Ty- T- Wha, 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 w- Was steht da denn? Ja Was Wadu mal No Oha, zwei Wissens Was ist das? Keine Ahnung Moin, hi, willkommen hier im Stream 1 in 1, wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft Oder wenn er gar nicht mehr läuft Ich glaube, dann gehen die eher Ziegel Die Raucher, Leute, die Raucher Sag mal, wer raucht denn heutzutage noch, ey Das ist aber nicht cool Ist nicht cool Ist morgen dann 300% Virenfrei Das werden wir sehen So, was ist das? Äh, ein Kissen Nö Spongebob Schwamm Mit Hashtag Ganz wichtig Äh, ja, macht das Geht das dir mal weiter? Oder hast du aufgegeben mit dem Leben? Anscheinend schon Heute ist Sommerwetter Ja, gestern auch schon Vorgestern auch schon Kannst du den Link schicken zu Gleich, gleich In der nächsten Runde dann Äh Ja, sehr schön Bei uns in der Schule wird nur geraucht Was heißt nur, jeder oder was? Okay Also ich hatte jetzt in der Unterstufe Ich glaube in der Die erste, die geraucht hat War in der 6.7. bei mir in der Klasse Die sind irgendwann auch gegangen Und sie hat die Schule gewechselt Irgendwie so Und Gold Yes Und, ähm Ja, 6.7. Dann hat man in der 9. nochmal eine Immer komischerweise nur die Mädels Ja, und dann Ist eigentlich eh noch mehr zurückgegangen Wir hatten immer nur so ein, zwei Leute in der Klasse Ja So, Ralf ist dran Ja Was macht er Schönes? Oh, ein trauriger Typ Äh Der ist krank Oder? Ne Gendin Stirn Stirn? Ach stimmt, aber Ja gut, aber die ist nicht ganz oben Ne Die ist eher so Über die Über der Nase Über dem Über den Augen Die ist jetzt nicht so weit oben Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen Äh Jetzt haben wir hier ein Gelbes etwas Schwarzes etwas Okay Gelbes etwas Ah Hier, warte mal Ne, das steht noch mit Z Ne Ne Zitrone Nicht Hä Sonne Nicht Sonnenschein Ne Hä Was ist das Was ist das jetzt hier Äh Sonnenuntergang Ne, auch nicht What Was ist denn das B for B Das glaube ich ja weniger Alle einzelnen Shit Ne Gerade nicht Was ist denn das Äh Urlaub Ne Passt nicht Man sieht da hier oben Die Buchstaben Ne Urlaub Äh Passt da gar nicht rein Ähm Sonnenbad Sonnenbad Oh Gott Was war das für ein dummes Wort Ja gut Grüner Zord ist dran Okay Darf ich fragen Wie machst du das Dass du das aufnehmen kannst Was auf der Switch Ähm Passiert Und das auch noch live Ähm Du kaufst Ähm Ich nutze dafür eine Elgato HD D60s Capture Card Das ist einfach so ein kleines Gerät Da kommt halt das Kabel Was eigentlich in den Fernseher kommt Also ein HDMI Kabel Das kommt da rein Und diese Capture Card hat auch ein HDMI zu USB Kabel Und damit wird es am PC angeschlossen Dann gibt es da so ein Programm Das öffnest du dann einfach Und dann kannst du es aufnehmen So ist das Ganze Ganz einfach eigentlich Ist halt nur ein bisschen Äh Kostspielig So 130 Euro ungefähr Kostet diese Karte einmalig Aber die halten auch sehr lang Und funktionieren richtig gut Okay Was ist das jetzt hier? Ähm Nee Bin ein bisschen lost Okay danke Kein Ding Bin wieder zurück Willkommen zurück Mein Lieber Ähm Kratzen Was? Das passt da wirklich rein? Ich hab darüber nachgedacht Als ob Ich fress gerade Spiegeleier Ja sehr schön Hat bestimmt deine Mutti gemacht oder? Oder machst du selber Spiegeleier? Katzbold Schaffst du das mit deinem IQ? Okay Okay Da ist jemand gestorben Glaube ich Oder? Äh Ja Äh Da läuft schon das Blut raus Okay Sterben Ermordet Junge Ist das so schwer Oder was? Nee Äh Nee ich schaff nur Rührein Ja sehr schön Äh Ja äh Hat jemand eine Idee? Mordverdacht Ja Ver 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 Was steht denn da schon wieder? Ach Verletzung Ich kann wieder nicht schreiben heute Bum 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 Verletzt Meine lieben Freunde Bum 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 Wie viele Punkte habe ich? Bin äh Sechster Ja sehr schön Sehr schön Sechster Von Äh Elf Plätzen Okay So gleich bin ich dran Ich mache mich schon mal bereit So ähm Äh Hier Geschlechter Geschlechtsverkehr Hey Was? Wieso wissen das alle auf einmal? Ja Es ist männlich Und weiblich Ist mir schon klar Äh Äh Es ist einfach Wart Einfach nur Geschlecht Als ob Als ob Okay Jetzt bin ich dran Ähm Wir nehmen hier unseren 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 Mager Und zwar hier Unseren Mager Unseren Mager Das ist hier der Der King der Welt Alter Hä Ich bin hier der King Äh Ich komme zuerst Alle anderen Danach Ihr könnt alle verrecken Ich kaufe mir den Impfstoff aus Deutschland Und dann Ja Verreckt mal alle Hauptsache Äh Ich bin gesund Komm Da müsst ihr drauf kommen Das ist eine Person Die äh Äh Nicht nett ist Und der immer Ähm Fürst sagt Zu etwas Seine Einstellung Für alles Wer könnte das sein Könnt auch gerne noch Ja Und sein Land Fängt mit A an Das Land fängt mit A an Das kriegt ihr hin Das A Das Land ist mit A Land So Jetzt läuft's Sehr schön Und gewonnen hat Valuti Zweiter ist Ralf Dritter ist Sehr schön Welcher Platz War ich gerade Argentinien Nein Natürlich Amerika Ich finde es lustig Dass einfach Ähm Keiner von diesen Wörtern dran Kam Ich finde es sehr lustig Oder auch nicht Nein Ich finde es lustig Ich finde es Ich finde es Ich finde es Unten Ich finde es Ich finde es Ich finde es Schönen Ich finde es Ich finde es Schönen Ich finde es Schönen Schönen Untertitelung des ZDF, 2020